Morgen, Sir. Schön langsam, Cap. Du bist dem Gas entkommen, aber du musst dich erholen. Bin okay. Kopfschmerzen? Übelkeit? Immer. Ihm geht's gut. Ich hatte Angst, dein Gesicht würde zerfließen wie bei den anderen am Schwein. Wenn du mich fragst, wäre das eine Verbesserung. Conny hat die Chemikalien? Richtig geraten. Makarov ist seit sechs Stunden draußen und uns schon voraus. Was verdammt ist denn dem Gas? Reste von Barkovs Programm. Sarin, hochkonzentriert. Viel tödlicher. Ein Behälter hat das ganze Gebiet verseucht. Sie haben noch genug, um ein ganzes Land zu töten. Und jetzt ist es in Fahrers Hinterhof. Finden wir sie. Laswell, es waren chemische Waffen. Makarov hat hochkonzentriertes Sarin-Gas. Habt ihr es sichergestellt? Negativ. Der Käpt'n wäre fast draufgegangen. Wo ist er? Ich bin hier, Laswell. Wo sind die Raketen? Ich habe Fahrers Raketen zu einem verlassenen Bunkerkomplex verfolgt. Gebaut im Kalten Krieg. Wir kennen diese Bunker. Genau wie Fahrer. Warum braucht Conny ein Silo für mobile Raketen? Gute Frage. Wir teilen uns auf. Ich treffe Fahrer beim Ziel. Wir verteilen uns und durchsuchen den Komplex. Wir müssen diese Raketen sichern. Gut. Ich breche nach Arkloff auf und treffe einen Kontakt, der uns vielleicht helfen kann. Kastowianische Militärbasis. Wie kommst du lebend rein? Vorsichtig. Ich melde mich, sobald ich kann. Wir sehen uns hinterher. Gute Jagd, Bravo. Sechs an Ghost. Am Sammelpunkt, wie sieht's aus? Bin am Ziel bei Charlie. Du hast Alpha, Kilo nimmt Bravo. Ratsch. Sekunde! Verdammt, Fahrer. Wirst nervös, alter Mann. Russland ist zurück in Uzikstan. Es sind Söldner. Die Conny-Gruppe hat gestern in Norden Chemikalien geklaut. Und morgens meine Raketen. In nur 24 Stunden, seit Vladimir Makarov aus seinem Knast spaziert ist. Flatter Kerl. Er macht verlorene Zeit, Wett. Abmarsch. Woher waren die Raketen? Shadow Company. Die Shadow Company hat nicht so viel Feuerkraft, das sind Laufjungen in Kampfwesten. Und Alliierte. Die haben mein Team angegriffen. Commander Graves tat das. Er bekam den Befehl, ja. Von wem? General Shepard. Hat Shepard dir die Raketen geschickt? Meine Waffen gehen nur mich was an. Er ist sehr gefährlich, Fahrer. Das sind wir alle, Käpt'n. Hör zu. Ich will dich nicht anlügen. Aber ich kann dir nicht alles sagen. Du nennst es vertraulich und ich geheim. Mein Land wird wieder belagert. Mein Bruder warnt uns. Da hängt viel mehr dran als Osextan. Dann helfen wir einander. Wie immer, du musst mir vertrauen. Aber klar. Gut. Wir reseren uns dann. Alle Stationen. Bravo 6 auf Position. Kilo? Kilo ist bereit. Verstanden. Brunhoff Station. Du und Fahrer seid verbunden. Bestätigt. Ach geil. Geil. Konni hat eine Armee nach Osextan verlegt. Keine Raketen in Sicht. Dann sind sie in den Bunkern. Wir sehen einen Zugangspunkt, Mark. Heere ihn. Du wirst eine Schlüsselkarte brauchen. Fahrer hat recht. Wir haben in unserem sektor einen Offizier mit Schlüsselkarte ausgeschaltet. Druck ein rotes Barrett. Roger. Rotes Barrett. Ich habe einen bei den Stallbauten nördlich vom Eingang entdeckt. Rotes Barrett. Das ist mein Ziel. Nein, ich schaue mich noch kurz noch um. Fahrzeug da drin. Da bin ich dann. Da brauche ich dann von vorne hin. Du kannst jederzeit die Drohnenfeed überprüfen. Okay. Die Drohne bleibt vor Ort. Gut. Verfolg ihn und beschaff dir seine Schlüsselkarte. Öffne damit die Tür. Und du? Ich kenne noch einen Weg rein. Okay. Bleib in Kontakt. Wir sehen uns drin. Okay, ich habe eine Pistole und das Ding. 6, die Drohne ist noch aktiv. Nutze sie, wenn du sie brauchst. Gehe von der Bergseite herunter. Im Feld kommst du vielleicht unentdeckt voran. Genau. Leise und tödlich. Ach, wir haben so eine Schleichmission. Nice. Wir haben eine Mission da, wo wir gesnipet haben. Ganz leise. Okay, das sind nur zwei Leute. War gut. Ich gehe jetzt in drei. Wenn ich die zwei ausgestalten habe, kann ich hier lang gehen. Und so, dann kann ich von hinten. Sechs an alle Stationen. Connie platziert ULF-Spuren in der Basis. Makarov startet einen False Flag-Angriff. Die Raketen sind amerikanisch. Er schiebt es auf Fahrer und den Westen. Er will die Welt glauben, machen ich sei der Feind. Wir müssen herausfinden, was das Ziel ist, bevor es zu spät ist. Oh, hier gibt es noch was. Sehr schön. Oh, ich dachte, hier gibt es irgendwas. Okay, Smile. Mal nachladen. Schaff Schütze auf dem Turm. Dein Schuss, deine Entscheidung. Okay. Zwo, vier. Zwo, vier. Hier oben war der Sniper. Da ist kein Sniper. Ich auch nicht. Wagen. Fünf. Drei. Hier waren drei. Okay, wenn ich die zwei Meter holen, kann ich mir den Typ im Auto holen und dann den da. Einer weniger. Bin durch den Perimeter. Roger. Roger, such den Offizier, hol die Schlüsselkarte. Achtung, Sob und Ghost sind drin. Schwaches Signal da unten. Verstanden. Wir suchen die Raketen und melden uns sobald wir können. Bestätigt. Weine. Das war's für heute. so das muss ich mal schauen ich kann da lang wenn ich dann hier lang gehe habe ich drei leute sie kann nicht mit dabei holen ich muss auch davor leuchten sniper da oben klatschen ich kann jeweils ich glaube ich gehe hier lang und mit dem sniper da oben und gehe ich hier und da aus ok ein paar erinnerungen wenn ich safe holen muss der sniper da oben wenn ich einen von da unten hole dann wird er glaube ich merken wenn ich jetzt auf den schießen sehen die zwei das ich habe mir gezeigt ich da oben noch mal ausreich mit hier stehen holt